Ein theoretischer Ansatz, der sehr gut zu KI-Sprachsystemen passt, ist der Ansatz der verteilten Kognition. Normalerweise denken wir uns ja, dass kognitive Prozesse in unserem Kopf bzw. Gehirn stattfinden. Die verteilte Kognition sieht das ein bisschen anders. Kognitive Prozesse, also Prozesse der Informationsverarbeitung und der Wissensspeicherung, finden hier verteilt in einem System statt, bestehend aus Menschen, Werkzeugen und Artefakten. Um mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich mir eine Telefonnummer in ein Notizbuch schreibe und danach wieder vergesse, dann ist sie zwar nicht in meinem Gehirn gespeichert, aber im Systemgedächtnis, nämlich in dem Gedächtnis des Systems Christian und sein Notizbuch. Ein zweites Beispiel, wenn ich ein Tabellenkalkulationssystem verwende, um bestimmte Berechnungen durchzuführen, dann lagere ich sozusagen bestimmte kognitive Prozesse aus an das Werkzeug, um kognitive Kapazitäten zu gewinnen, um mich höherwertigen Tätigkeiten zu widmen. Das nennt man auch Computational Offloading. Also beispielsweise werden Routinetätigkeiten an das Werkzeug übergeben und ich bekomme dadurch kognitive Kapazitäten frei für höherwertige Prozesse. KI-Systeme können natürlich in einem solchen System aus verteilter Kognition eine solche Rolle einnehmen. Also zukünftig werden bestimmt JuristInnen zum Beispiel Rechtsgutachten von einem solchen System erstellen lassen, um sich dann anschließend höherwertigen Tätigkeiten widmen zu können. Oder MedizinerInnen werden Diagnosen und Therapievorschläge erstellen lassen. Und LehrerInnen werden solche Systeme nutzen zur Unterrichtsvorbereitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017